1893 gegründet, mit knapp 100 Mitarbeitern am Standort, spielt die Kissel & Wolf GmbH eine führende Rolle in den Bereichen Sieb- und Textildruck, Klebstoffe, Reinigungschemie sowie dem Bereich Resiste und Coatings. Weltweit zu Hause mit Standorten in Deutschland, USA, Singapur, Australien, Brasilien, Türkei und Indien. Mit unserer Abteilung Forschung und Entwicklung sorgen wir dafür, dass der Innovationsmotor auf Hochtouren läuft. Neben der kontinuierlichen Verbesserung bestehender Produkte stellen wir uns der Herausforderung und wollen mit neuen Entwicklungen Trends setzen. Rund 15% unserer Mitarbeiter sind in diesen Sektoren tätig, womit wir global konkurrenzfähig und innovativ bleiben. Unsere verschiedenen Lager erlauben einen termingerechten Versand. Großzügige Lagerkapazitäten erlauben eine vorausplanende Produktion und gute Lieferbereitschaft. Wir legen größten Wert auf konstante Produktionsqualität. Über 95% unserer Produktion ist in-house. Technisches Know-how und hochwertige Rohstoffe treffen hier zusammen. Neue Produktionseinrichtungen machen die Fertigung unserer Produkte zuverlässig und rationell. Unsere Anwendungstechnik bietet eine wichtige Schnittstelle in der Zusammenarbeit zwischen uns und unseren Kunden. Neue oder weiterentwickelte Produkte werden getestet und erst nach bestandener Prüfung für den Verkauf freigegeben. Mithilfe modernster Maschinen und Technologien, wie beispielsweise unserem Raster-Elektronen-Mikroskop, welches insbesondere im Siebdruck für die Elektronik- und Solarindustrie in den Einsatz kommt, können wir unsere Produkte realitätsnah testen und sind somit nah am Kunden. Der Einsatz unserer Produkte ist sehr vielfältig. Täglich begegnen wir Gegenständen, die durch unsere Chemie erst zu dem werden, was sie sind. So können durch den Einsatz unserer Produkte Glasscheiben gesandstrahlt oder Metalloberflächen gebürstet werden. Unsere Flock-Klebstoffe bilden die Grundlage, damit Flock auf nahezu allen Grundmaterialien aufgebracht werden kann. Die Oberfläche wird dadurch samt- oder auch bürstenartig in Aussehen und Griff. Weitere Beispiele für den Einsatz unserer Produkte sind der Textilbereich, ebenso der Elektronik- und Automobilbereich, aber auch in der Veredelung von Architekturglas und vielem mehr finden unsere Produkte Anwendung. Mit motivierten und qualifizierten Mitarbeitern sowie einem erfahrenen Management-Team gehen wir in eine erfolgreiche Zukunft. Dabei etablieren wir uns weiter als Produzent hochwertiger chemischer Produkte am Markt und konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenzen. Überzeugen Sie sich selbst. Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Untertitelung des ZDF für funk, 2017